Hallo, in dem heutigen Tutorial geht es um die Bildung einer Ersatzstromquelle und zwar mit der Methode RI und IK. RI ist der Innenwiderstand und IK ist der Kurzschlussstrom. Im Anschluss daran werden wir aus der Ersatzstromquelle noch eine Ersatzspannungsquelle machen. Dieses hier ist die reale Stromquelle und das ist also unser Ziel. Wir wollen also herausfinden, wie groß ist I, der Innenwiderstand und wie groß ist I0. Im Allgemeinen gehen wir hin und bilden zuerst immer den Innenwiderstand I. Warum tun wir das? Meistens ist das immer relativ schnell und einfach machbar. Anschließend bestimmen wir den Kurzschlussstrom IK und zwar von der originären Schaltung. Warum tun wir das? Weil der Kurzschlussstrom IK ist identisch mit dem Quellenstrom I0 unserer zubildenden realen Stromquelle. Fangen wir erstmal an, damit den Innenwiderstand I zu bestimmen. Im Fall einer Stromquelle gehen wir dafür hin und schalten die Stromquelle aus. Und da eine Stromquelle einen unendlich hohen Innenwiderstand hat, ist das dann in der Schaltung so, als ob die Stromquelle überhaupt nicht da wäre. Also diese beiden Kabelenden hängen sozusagen in der Luft und dazwischen befindet sich nichts. Das heißt der Strom kann dann darüber auch nicht fließen. Und dann gehen wir hin und gucken hier in die Klemmen A und B hinein oder messen mental mit einem digitalen Multimeter dort hinein und stellen dann fest, wie groß ist jetzt der Widerstand RI. Meistens macht es Sinn, sich das Ganze nochmal neu hinzumalen. Wo vorher die Stromquelle war, ist jetzt nichts. Ich habe das nur einfach nochmal hier so punktiert angedeutet, damit ihr seht, aha da war einmal eine Stromquelle und jetzt hängen die Kabelenden in der Luft. Der Strom, den man jetzt geistig gedanklich hier reinschickt, der fließt hier entlang. An dem Knoten entscheidet sich der Strom dazu, nur hier durch zu fließen, weil hier geht es nicht weiter. Und der Strom merkt das praktisch direkt, dass er dort nicht hindurch fließen kann und fließt also nur hier durch R2 und dann hier durch B wieder zurück. Das heißt der Innenwiderstand RI ist die Summe aus R2 und R3. Also weiter Strom fließt es durch R3 und dann durch R2. Das Ganze ist dann praktisch eine Reihenschaltung aus R3 und R2. Wenn man die beiden Widerstände addiert, bekommt man dann 302 Ohm. Diesen Wert können wir dann hier rechts schon mal dran schreiben und dann ist schon mal eine Teilaufgabe gelöst. Wir haben RI ermittelt. Der nächste Schritt besteht nun darin, den Kurzschlussstrom IK zu bestimmen. Warum tun wir das? Wie vorhin schon erwähnt, ist der Kurzschlussstrom dieser originären Schaltung dasselbe wie der Strom I0, der hier aus der neuen Stromquelle herauskommt. I0 ist also gleich IK. Warum ist das so? Diese neue Schaltung soll ja bezüglich der Klemmen elektrisch äquivalent sein zu dieser originären Schaltung. Wenn man jetzt hier die Klemmen kurzschließen würde, dann würde der Strom I0 vollständig hier hinten durch den Kurzschluss laufen. Man würde also nicht durch I laufen, weil der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Da die Schaltungen bezüglich der Klemmenäquivalent sein sollen, ist natürlich hier, wenn man hier einen Kurzschluss anbringt und dann haben wir auch einen Kurzschlussstrom IK und der muss natürlich genauso groß sein wie der der realen Stromquelle. Wir gehen jetzt also hin und rechnen deswegen jetzt den Kurzschlussstrom IK aus. Wie machen wir das? Da hilft uns die Stromteilerregel weiter, weil wir kennen ja hier den Strom IQ, der ist 30 Ampere, der teilt sich an diesen Knoten auf und wir wollen jetzt wissen, wie viel geht jetzt hier in diesen Zweig hinein. Die Stromteilerregel besagt ja in Worten, dass eine gewisse Teilmenge des hier ankommenden Stromes geht hier rein und zwar wird hier der Strom umso größer sein, je größer der Widerstand in dem gegenüberliegenden Zweig sein wird. Also es gibt ja wieder diese kreuzweise Proportionalität, deswegen lautet hier die Stromteilerregel, IK ist unser Gesamtstrom IQ, der ankommt, mal R2, also R2 steht hier im Zähler, warum? Weil gegenüber ist R2. Wenn R2 groß ist, dann wird IK groß sein, deswegen steht R2 hier im Zähler. Dividiert durch R2 plus R3 gibt zusammen 21,9 Ampere. Diesen Wert tragen wir dann jetzt hier in unsere reale Stromquelle ein und damit ist dieser erste Teil der Aufgabe vollständig gelöst. Wir haben also I0 ermittelt und wir haben RI ermittelt. Der zweite Teil der Aufgabe stand jetzt darin, eine Ersatzspannungsquelle zu bilden. Wir haben also aus unserer originären Schaltung haben wir erstmal diese reale Stromquelle gebildet und gefragt ist jetzt nach dieser realen Spannungsquelle. Wenn man eine reale Stromquelle hat, ist es immer relativ einfach und schnell getan, das auch in eine reale Spannungsquelle umzuwandeln. Der Innenwiderstand bleibt gleich, also die 302 Ohm bleiben gleich. Der Unterschied bei der realen Spannungsquelle ist der, dass RI jetzt in Reihe liegt zu der eigentlichen Spannungsquelle. Also vorher bei der Stromquelle war ja RI parallel. Ja und da brauchen wir nur noch unser U0, also die Spannung der neuen Spannungsquelle. Die ist gegeben durch U0 gleich RI mal I0 gibt 6,6 Kilovolt. Der I ist also der Innenwiderstand. I0 ist der Strom der originären Stromquelle. Wichtig sind hierbei die Pfeilkonventionen. Also wenn hier der Strom oben aus der Stromquelle herauskommt, dann liegt der Pfeil von der neu gebildeten Spannungsquelle so, dass er nach unten weist. Hier ist jetzt diese Aufgabe vollständig gelöst. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns immer später wieder bei einem anderen Tutorial. Bis dahin erstmal alles Gute und Tschüss.